Hallo und herzlich willkommen bei Gartenseile. Viele Vögel überwintern bei uns. Damit sie immer genug zu fressen haben, kann man ein paar Früchte wie Äpfel und Hagebutte hängen lassen. Zusätzlich sind Körner, Nüsse und Fett wichtige Nahrungsquellen. In Futterglocken und Meisenknödeln ist das meiste enthalten, was die Wildvögel benötigen. Wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr eine Futterglocke und Meisenknödel ohne Netz herstellt. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Als Grundlage für die Futterglocke und Meisenknödel dient Fett. Es wird Rinderteig empfohlen, jedoch muss man dies oft beim Fleischer bestellen. Wir haben uns für Kokosfett entschieden, da es sich ebenfalls leicht verarbeiten lässt. Das Fett wird zunächst in einem Topf gegeben und anschließend bei niedriger Temperatur langsam geschmolzen. Kokosfett wird bereits bei einer Temperatur von 23 bis 26 Grad flüssig. Keinesfalls sollte das Fett kochen. Währenddessen stellen wir die Körnermischung zusammen. Wir verwenden Erdnüsse, ungeschälte und geschälte Sonnenblumenkerne, Vollkornhaferflocken, Haselnüsse, Leinsamen und Mohnen. Anschließend wird alles gut durchgemischt. Insgesamt hat die Mischung etwa die gleiche Menge wie das Fett. Wenn du also 1 Kilo Fett verwendest, benötigst du auch in etwa 1 Kilo Körnersamenmischung. Inzwischen ist das Fett komplett geschmolzen. Die Körnermischung wird dazugegeben und alles gut durchgerührt. Anschließend muss die Masse so weit abkühlen, dass sie formbar ist. Für die Futterglocke verwenden wir einen Tontopf. Außerdem haben wir einen schönen Zweig herausgesucht, der unten viel Verästelung hat. Auf diesen können sich die Vögel später setzen. Zusätzlich wird eine Schnur zum Aufhängen benötigt. Diese binden wir am oberen Ende des Astes. Anschließend wird sowohl der Zweig als auch die Schnur durch das Loch im Tontopf gesteckt. Nun kannst du die Masse einfüllen. Achte darauf, dass der Stock immer mittig liegt. Bei den Vögeln besonders beliebt ist Erdnussmus. Dieses sollte nur aus Erdnüssen bestehen und keinen Zucker enthalten. Wir schmieren es als kleine Leckerei auf die Futtermischung. Den Rest der Masse verwenden wir für Meisenknödel. Wenn du Meisenknödel kaufst, solltest du darauf achten, dass sie kein Netz enthält. In diesem können die Vögel sich verfangen. Auch bei der Herstellung benötigst du kein Netz. Die Knödel werden einfach geformt und in eine entsprechende Halterung gegeben. Willst du den gleichen Meisenknödelhalter verwenden, mit dem wir hier gute Erfahrungen gesammelt haben, findest du ihn unten in der Videobeschreibung als entsprechenden Link. Nach der Befüllung lässt du die Masse noch weiter abkühlen, sodass sie fest ist. Danach kannst du die Futterglocke und den Meisenknödel aufhängen. Der Platz sollte schattig sein, da auch im Winter die pralle Sonne das Fett weich werden lässt. Außerdem ist es wichtig, dass Katzen die Futterquelle nicht erreichen und somit die Vögel in Ruhe fressen können. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du hier ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!